hallo und herzlich willkommen bei raptor campbell ich bin heute wieder auf die jagd nach den tickets und heute ist das spiel hunkai impact 3a und spiel im weg so wie immer zehn minuten spielen das war fertig muss kurz installieren also bis gleich so wir sind wieder und schauen uns mal daten bestätigen auch hier lassen ok kommt damit download bis gleich laufen lassen ja 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 so das hat jetzt bisschen länger gedauert das von fast zehn minuten der download und ja jetzt muss ich mich einloggen facebook noch was über facebook aber bei niedern das spiel zu installieren das ist schon heftig willkommen zurück habe ich das schon mal gespielt irgendwo tippen um das spiel zu beginnen ich stimme zu ich habe gelesen ihr sicherlich auch wenn ihr das spiel spielen wollt mal schauen was für ein spiel das ist auch so auch so und 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 gott und und Ich bin derjenige. Das war's für heute. Okay So this is über Handy äh über über Computer ziemlich schwer da die WASD Taste auch nicht hundertprozentig gerade laufen aber wenn ich das jetzt im Vollbild machen würde dann wäre alles schwarz dann kann ich nicht mehr aufnehmen Ja 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 und gibt es jetzt hier irgendwo also so wird das spiel gespielt gut mit lehrtasse kann ich den schlag das ist gerade mal so geschleppert meine tastatur so nicht so mehr so neu ist und ich damals immer beim spiel draufgauen habe habe eine karte es gibt es 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 Die ist schon kaputt Oh, Level 3 Kurz vor Level 4 Na, da bestätigen wir doch mal Okay 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 Bestätigen wir So, dann schauen wir noch kurz ein bisschen um Und dann war es das für heute Okay Tauschen Ausrüsten Verstärken Jetzt verstärken Oh, okay Level 13 Also die Waffe, nicht ich Alle einfordern Bestätigen Okay, dann kann man nochmal hier Sich das anschauen Entweder brauchst du nicht lesen Drückst du einfach einfordern Oder man schaut sich die Nachrichten Direkt an So, Angriff Und das ist Da habe ich auch jemanden freigespielt oder nicht Also die kann man noch alle später kriegen Ich dachte mir hätte noch jemanden gekriegt Ach, doch Hier die Ankündigung Events Okay Ach, ich glaube Hier kann man sonst nicht viel machen Nur einmal hier angriff Die Sachen dann Ach nee Ich will doch jetzt nicht spielen Da muss ich eins bis vier spielen Da war es eins bis drei Kann ich mir nochmal anschauen Okay, das ist auch nice Ja, ich sag dann erstmal, das war es So, jetzt holen wir noch das Ticket Und dann Super fertig Vielen Dank fürs Zuschauen Ich glaube, ich freue mich noch mal Am nächsten Mal wieder bei uns Bis dann viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao, ciao